Hallo, 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 weiter geht's mit dem Server 34 Tagebuch, willkommen dazu, ich bin der Lars und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part, joa, schon ein bisschen später, wisst ihr Bescheid, der Part wird so, denke ich mal, gegen 21 Uhr kommen, ich hoffe, ihr seid noch wachabwochen auf dem Freitag, erstmal schönes Wochenende, ne, läuft bei uns, von daher, Woche ist geschafft, ja gut, wenn dann welche jetzt samtags arbeiten müssen, es tut mir leid, ich nicht, haha, na egal, so, wir starten auf Server 34, wie schon erwähnt, und wir sind hier am Start, denn wir haben die Alu fertiggezockt, ja, ich hab sie fertiggezockt, ich habe mir ja gestern nicht die Waffe gegönnt, da gab's ein paar Daumen nach unten, kann ich verstehen, aber ist einfach so, ne, wir konnten sie nicht nehmen, beziehungsweise wir hätten noch ein paar Mal den Greifendrachen lesen können, wir hätten noch ewig verkaufen können, möchte ich aber alles nicht, äh, ich glaub, meine Tränke sind ausgelaufen, genau, meine Tränke sind ausgelaufen, und zwar dieser und der Trank des ewigen verfickten Lebens, ich denke mal, ich werde mir schnell immer eben schauen, ob wir noch einen wunderbaren Trank des ewigen Lebens finden, ich hoffe nochmal, es wird nicht lange dauern, den können wir uns auch nochmal eben gönnen hier, und dann noch, komm, komm, einmal noch, komm, weil wir gerade SDG sitzen haben, vier, äh, 15% Tränke brauche ich alle nicht, den Rest kaufe ich nicht, den Trank kaufe ich auch nicht, nur noch einen Trank des ewigen Lebens, bitte, mein Herr, ein Trank des ewigen Lebens würde uns sehr erfreuen, damit werden wir, Trank des ewigen Lebens, haha, oh, ey, es ist so, dieser Server, ne, haha, wir bekommen immer Epics hier, ist ein Glücksepik, not nice, besser ein Glücksepik wie gar kein Epik, aber, ne, wisst ihr Bescheid, aber, ich, ich hab keine Ahnung, wir bekommen so viel, oh, 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 oh Und wenn wir dann bei Blättern nur Scheiße bekommen, dann raste ich völlig aus. Dann werde ich so durchdrehen, ich werde einfach nur alle durchlassen dann. Dann ist alles vorbei. So, Gürtel hier reinschmeißen, scheißegal. Also, Klöchen haben wir reingeknallt. Rang 45 gefallen, Wege nicht vorhanden Tränken, okay. In der Gilde blinkt es fleißig. Hier haben wir was letztes gemacht? Einen Kampf gegen Los Amigos, gegen wen denn sonst? Wir greifen die nur an. Ist ja logisch, glaube ich. Rang 2, Gilde von daher immer schön Prozente, beziehungsweise immer schön Punkte aufbauen. Ich merke mich zum Kampf, ist schon mal gut. Das ist akzeptabel. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal kurz im Zaubern, im Waffenladen, ein, zweimal blättern. Obwohl, es lohnt sich nicht. Das kommt, wenn wir jetzt behalten. Wir werden nichts verskillen. Und morgen ist es dann soweit. Morgen ist Samstag und morgen werden wir blättern. Ob für morgen, beziehungsweise Samstag oder Sonntag, weiß ich noch nicht. Werden wir dann sehen, YouTube, da hat dieser Kollege hier alles klärchen. Du bist der beste YouTuber, haha, aber hast vielleicht ein bisschen zu viele Schwänze gesehen. So, kleinen Cut. Habt ihr vielleicht nicht gesehen, weil ich hab's rausgeschnitten. So, dann ist er wieder. Sehr schön. So, was hat er geschrieben, der Kollege? Du bist der beste YouTuber, haha, aber hast vielleicht ein bisschen zu viele Schwänze gesehen. Das hört sich sehr pervers an. Ich guck mir normalerweise nur einen Schwanz an und der ist gigantisch, phänomenal und supergeil. Beziehungsweise supergroß. Oh Gott. Lars, hör aus, an der Scheiße zu labern. Als Waffensauberladen. Klöhrchen. Gilde Blink-Falz. Die haben wir geguckt. Das waren gegen Los Amigos. Die haben wir gewonnen. Natürlich, sehr schön. Ich kam auch dran. Wie immer halt. Ich vergenussferkte sehr gerne welche. Das passt. Gold, wenn wir sparen. Fürs EP-Gewinnen ist ja logisch. Also haben wir nur noch eins zu tun. Unseren Pimmel rausholen und gegen die Camp-Klatschen. Nein. Wenn Arena-Kaffee machen, sollten wir natürlich easygoing verlieren. Ich dachte, mit dem ausgeglichen, beziehungsweise mit dem Tränken schaffen wir das ohne Probleme. Aber scheinbar nicht. Okay. Okay. Dann hat der Lars sich mal wieder geirrt. Also. Blättern ist angesagt. Morgen EP-Gewinnen. Das wird grandios. Super genial. Ich weiß nicht, ob noch ein Pilzdealer ist. Ich habe da was gelesen in den Kommentaren. Ich glaube schon, dass es sogar noch ein Pilzdealer ist. Also 20% mit Pilze. Kann ich gerade gar nicht sagen, ob das wirklich stimmt. Werden wir morgen sehen. Ich kann mal eben im Forum vorbeischauen. Ach. Hm. Ende der Sperre. Ja gut. Können wir nicht ganz gut nachgucken. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh Gott. Entschuldigung. 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 Also. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Jetzt bislang. Weil irgendwie Part-mäßig das Ganze. Egal. Was wollte ich noch? Okay. Also. Wir können nochmal die Post. Werden wir erstmal. Könnt mich verhauen. Hey Lars. Die Ehren. Achso. Hey Lars. Deine Videos sind nice. Und hoffe, du machst das noch ewig weiter. Am Freitag habe ich dein erstes Tagebruch Video gesehen. Und habe brutals gefeiert. Sag es schon. PS bin leider noch nicht Level 50. Aber bitte bewerte meinen Charakter. Denn es wäre für mich eine große Ehre, etwas von dir über mich zu hören. Okay. Aber nur, weil du es bist, mein junger Freund. Weil du es so gut ausgedrückt hast. Schauen wir doch mit ihm vorbei. Schuhe 44. Ein bärtiger Boy. Ein grüner bärtiger Boy. 21. Das A geht mehr, mein junger Freund. Da geht mir auf jeden Fall mehr. Tränketop. Nice. Natürlich. Tränketop. Tränketop. SA natürlich nicht. Da husten sie alle wieder hier nebenan. Ich bitte euch. So. 300 Alu Tränke ist natürlich klar. 50% Mord. 300 Alu Spieler passt auch soweit. Und sonst. Ja. Du hast ein paar Epics am Start. Du hast wohl sehr, sehr viel Glück bei den Epics im Dungeon gehabt. Glückwunsch dazu, mein junger Freund. Voller Skillung. Du bist ein Intelligenzboy. Da würde ich dir empfehlen, ja das ist soweit in Ordnung. Vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer, dass viel Glück geskillt. Sonst passt es. Intelligenz Ausdauer mal so 100 weniger zu Glück. Das ist eigentlich die akzeptable Skillung, die ich so bevorzuge als Magier. Oder allgemein als Kundi Magier. Und als Krieger würde ich dann Ausdauer und Stärke oben halten. Beziehungsweise Hauptattribut. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir können ja mal kurz im Dungeon rumtryen. Obwohl es jetzt eigentlich unsinnig wäre. Sagen wir mal gut. Dämonenportal schaffen wir eh keinen 10% abzuziehen. Nein, natürlich nicht. Ist nie so gut. Der Sklaid-Kämpfer, der ist nicht drin. Wir können ein, zwei Trys machen. Aber glaubt mir doch bitte. Glaubt mir. Oh, oder doch. Glaubt mir nochmal. Aber es ist ja nicht drin. Der Mr. Sklaid-Kämpfer. Also die Pause hat mich gerade komplett aus dem Konzept gebracht. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Konzept ist alles. Lars hat keinen, aber er versucht es halt durchzuziehen. Oh, morgen. Morgen oder übermorgen nach den Blättern werden wir so hart unseren Pimmel rausholen. Ihn gegen die leeren Augenhöhlen klatschen bzw. einführen und ihn einfach so hart vollspritzen, dass er nur noch aus Weiß haben macht. Ich höre lieber auf so eine Scheißesuch. Entschuldigung. So, der Kollege will nicht. Turm, brauchen wir eigentlich versuchen. Dämon-Portal habt ihr gesehen und hier Dämon-Portal wieder auch nichts. Da werden wir die 10% auch nicht schaffen. Beziehungsweise unsere Gilde zusammen nicht die 10%. Dafür sind wir noch nicht mächtig genug. Epic-Event steht hier. Das passt soweit. Steht vielleicht in der Post irgendwas, ob der Pilz-Dealer auch ist. Neue Gildenleiter, was bringt es mit sich? Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Nicht, dass ihr eure Nachrichten jetzt irgendwie scheiße findet oder so. Ich habe viele Nachrichten schon gelesen. Ich nehme ja die ganze Kiste hier. Es sind wieder auch Angriffe. Können wir wieder schreiben. Ich lese privat viel, aber jetzt nicht im Let's Play von dem Tagebuch. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, war es das ein kleiner, kurzer, knackiger Part. Wir haben nicht so viel zu tun, weil wir auf das Epic-Event warten. Es ist nur warten, warten, warten. Und morgen ist es dann soweit. Ich freue mich richtig drauf. Ich freue mich auf Epic-Event, denn ich glaube, dadurch, dass wir echt viele Epics bekommen, Waffentauberladen und viel Glück haben, wird Server 34 grandios. Und wenn das Epic-Event richtig geil wird, müssen wir hier weitermachen, Leute. Dann wird es richtig geil. Viele wünschen sich das, aber ich will auch eine Challenge machen. Von daher müssen wir natürlich gucken, wie es hier so weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben, obwohl es so ein kurzer, kleiner, knackiger Part ist. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wie immer, ihr seid ein Haufen super, nicer Boys. Reingau und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Nice.